Hallo ihr Lieben, da spricht wieder der Christian. Wie ihr seht, stehe ich mal wieder in der schönen Natur. Gott sei Dank scheint heute die Sonne. Es ist der 1. Jänner 2022. Schauen wir mal ein bisschen da durch die Gegend. Ui, jetzt kommt die Sonne in die Augen. Ja, warum ich dieses Video mache, ist ganz einfach erklärt. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ich habe jetzt die 100 Abonnenten geknackt, wenn man das sagen kann. 100 ist jetzt nicht viel für YouTube, aber für mich bedeutet das eigentlich eine Menge. Es sind immerhin 100 Personen, die mir regelmäßig folgen oder folgen können auf YouTube, die mich leicht finden und es freut mich riesig, dass dieser Kanal schon mal so weit gekommen ist. Ich habe auch in den letzten Monaten ziemlich Gas gegeben. Ich habe euch einige Videos rausgehauen. Ich hoffe, es war einiges Interessantes dabei. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Ideen habt, postet es in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich schon auf ein spannendes 2022. Ich habe mit YouTube noch einiges vor. Da kommt noch einiges. Seid gespannt. Aber dieses Video heute dient mal nur, um Danke zu sagen. Danke, 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 ihr Lieben, wie ihr mich unterstützt und wie ihr meinen Kanal mal dorthin gebracht habt, wo er jetzt ist. Da ist noch Luft nach oben, keine Frage, aber es macht riesen Spaß und ich werde auch weitermachen. In dem Sinne mal, alles Liebe, immer gut Licht, euer Christian. Tschüss, servus und baba. Tschüss, servus und baba.